Ein Mann entschied sich, im örtlichen Restaurant zu speisen und wählte ein Hähnchengericht. Während er geduldig wartete, erfüllte bereits der Duft des gekochten Hähnchens die Luft und ließ seine Vorfreude nur weiter wachsen. Endlich wurde das Gericht serviert und gerade als er seinen ersten Bissen genießen wollte, kam der Kellner eilig mit einem besorgten Blick auf ihn zugerannt. Der Kellner sagte, es tut mir wirklich sehr leid, aber es gab ein Missverständnis. Der Polizist, der am Tisch neben ihm sitzt, kommt sehr oft hierher und bestellt immer dasselbe Hähnchengericht. Leider ist es das letzte Hähnchen, das wir haben. Es tut mir wirklich schrecklich leid, aber ich muss dieses Gericht zu ihm bringen und ich werde stattdessen etwas anderes für sie zubereiten lassen. Der Mann, sichtlich verärgert über diesen Vorfall, weigerte sich entschieden, sein Essen herzugeben. Der Kellner, der sichtlich unwohl war, ging zum Tisch des Polizisten, um die Situation zu klären. Nach einer kurzen Diskussion stand der Polizist auf und ging zum Tisch des Mannes. Mit ernster Miene warnte er ihn, »Hören Sie gut zu! Das Hähnchen, das Sie gerade essen wollen, gehört mir und ich möchte klarstellen, dass ich dasselbe mit Ihnen machen werde, was Sie mit diesem Hähnchen machen. Wenn Sie ihm ein Bein ausreißen, reiße ich Ihnen ein Bein aus. Wenn Sie ihm einen Flügel brechen, breche ich Ihnen den Arm.« Der Mann blieb ruhig, starrte einen Moment auf das Hähnchen und führte dann in einer trotzigen Geste seinen Mittelfinger in das Hinterteil des Hähnchens ein, zog ihn heraus und leckte ihn ab. Dann stand er auf, ließ seine Hose fallen, beugte sich vor und sagte, »Nur zu!« »Nur zu!«